Hasen haben das ganze Jahr über Saison und Pflanzen das ganze Leben. Und die schönsten Pflanzen, die müssen Sie erleben am 23., 24. April in Schwandorf im Stadtpark. Und da sehen wir uns. Die schönste Pflanzenpracht nur für Sie und natürlich auch die Hasen werden da sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017